Yo, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Diesmal filme ich mit der Vlog-Kamera. Ich hoffe, das stört euch nicht. Es dreht sich heute alles wieder um meine Haare, denn es ist schon sehr lange nichts mehr mit denen passiert. Wie ihr vielleicht wisst, wobei so lange her ist es eigentlich gar nicht. Aber mir kommt es sehr lange vor. Sehr lange. Und ich habe einfach Bock auf was Neues. Deswegen werde ich mir jetzt meine Haare machen lassen. Also so sehen sie jetzt aus. Es ist so ein bisschen alles. Es ist grau, lila, grün. Manchmal schimmert es blau. Hier oben ist meine Naturhaarfarbe. Hier ist braun. Hier ist gold. Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall alles drin. Die sind jetzt auch nicht gestylt. Deswegen sind da so ein paar Knicke drin. Und es sieht nicht ganz so geil aus. Auf jeden Fall, das ist jetzt Stand der Dinge. Und ich würde sagen, ich werde jetzt eine Veränderung vollführen. Und dann sehen wir uns später wieder, wenn ich freshe Haare habe. Ich freue mich! So, Leute, wieder zu Hause. Und das ist meine neue Haarfarbe. Ich finde es richtig cool. Also ich meinte halt, ich bin ja schon so lange am überlegen, ob ich lila machen sollte. Und dann meinte ich so, ja, ich hätte schon Bock auf lila. Mach einfach mal irgendwas. Und das ist es dann geworden. Es ist oben dunkel, also schon lila. Und dann ein Verlauf ins pink-rosa. Megaschön. Der Verlauf ist auch richtig schön. Ein bisschen was wurde abgeschüttet, aber nicht viel vielleicht. So. Megaschön. Mega, mega, mega schön. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Und ansonsten würde ich das Video auch schon beenden. Kurz und knackig. Aber viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Wir haben nicht blondiert oder sowas. Wir haben einfach nur drüber gefärbt, über das, wie es vorher war. Und ja, das war es auf jeden Fall. Ihr dürft sehr, sehr gerne hier oben meinen Kanal abonnieren. Und ansonsten verlinke ich euch hier meine anderen Haartransformationen hin, wenn ihr das noch nicht mitverfolgt habt. Und sonst bis zu meinem nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Tschüss.